Musik 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 ja ein paar dutzend auf jeden fall kommt ja einiges neues allein aus dem content hier die pyramiden haben wir ja noch nicht bisher oder so stoßen nehmen wir schon komplett weg keine lücken machen ja 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 noch mehr weiter hier fahren müssen wenn wir dann schon mal eine grundfläche haben auf der wir bauen können dann wird das auch schneller gehen ich meine die endgültige planierung mit ozean et cetera pp das kann man auch machen wenn das aquarium schon einigermaßen fertig ist müssen sowieso gucken dass wir dann den letzten sandstein und sand dort rausgepuppelt kriegen ansonsten müssen wir zur wüste da hinten dort bedienen ist noch genug das ist noch ein ganz schönes stück dort rand ist schon mal weg Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mal gucken, wie weit wir kommen Den ganzen Dreck hier rausziehen Sieht das bestimmt freundlicher aus Nicht wirklich, aber Es ist jetzt schon mal ein Dreck Da können wir noch ein paar reinmachen Mit denen schon mal los Hier den Dreck Hier geht es weiter wieder so weit den kompletten dreck hier raus haben und haben wir auch noch eine dreckhöhle aber ziemlich weit rein hoch inventar voll und dann komme ich gleich wieder hier vorne kommen wir dann natürlich auch mitnehmen das muss jetzt hier nicht so einzeln liegen bleiben machen wir da hinten noch ein bisschen weiter bis der tag vorbei ist einfach mal den dreck schon mal weg schaffen da wenn wir davon jetzt nicht 100 prozent einsammeln sondern nur neun sich das macht mir gar nichts dazu holen so mag ich das planieren dann weg damit wird jetzt eh dunkel und morgen noch die kohle machen hier die ecke noch reißen vielleicht das stück hier vorne noch ab dann verbauen war erstmal den stein und gucken mal wie groß das insgesamt wird auch wieder typisch und bin gespannt wie sich die karte verändern wird so dann ist sie auch im gleichen licht jetzt machen wir jetzt ende jeder aufnahme so eine kleine kleines update und gucken einfach mal was sich getan hat so 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 was mich jetzt stört ist dass wir hier wirklich noch keine reihe mal durch haben mehr nicht mal die lücke machen wir gleich zu und hier auch nur einer aber jetzt haben wir dreck damit können wir die lücke füllen so so dann gucken wir doch mal dass wir mal hier wenigstens zwei reihen mal durch kriegen dann hat man auch einen besseren überblick wie groß das noch ist dann kann man quasi um den hügel drum herum laufen da klebt noch dreck überall das müsste ja da flachtet schon ab so dann können wir nächstes mal ja hier vielleicht schon mal was wegnehmen dass dann wirklich nur noch der hügel an sich stehen bleibt aber wir arbeiten uns ja eigentlich lieber von der anderen seite vor so dann wollen wir mal da hoch stein haben wir jetzt genug erst mal sehr jetzt ganz So... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.